Herzlich Willkommen gleich, Andreas Cavalier, DJ Alzi, Luna, Michael Wendler, Jörg Bausch und Olaf Henning. Wir feiern hier die größte Party des Ruhrgebietes 2014 und das Beste kommt bekanntlich zum Schuss. Wir fangen aber an, denn diese Weisheit ist heute völlig außer Kraft gesetzt mit einem der Besten des Schlagers. Herzlich Willkommen, Andreas, in der Fußballer Sprache und sagen möchte, in der Popschlager Champions League. Seine Hits wie dieser Flug oder grüßes Kino sind gesetzt in Schlagerdeutschland. Seine Fangemeinde, die nennt er ganz liebevoll seine Wölfe und die Fans sind alle komplett verbauscht. Wenn Sie es bis jetzt noch nicht sind, herzlichen Glückwunsch, dann gehören Sie ab sofort dazu. Große Freude, dass er da ist. Hier ist Jörg Bausch. Sehr gerne singe ich für euch noch eine Platte. Weil ich allerdings noch loswerden möchte, ich bin froh, so viele bekannte Gesichter zu haben. Das sehen wir natürlich, wenn man was Neues, wenn man ein neues Baby aufgenommen hat, dann singt es auch gerne zweimal. Ihr habt das Sieg eben schon gehört, von Mats und mir. Mal gucken, wer jetzt schon mitsingen kann. Hier ist für euch meine Zugabe, unsere Zugabe. Bitte, ich wähle, dein Ohr. Und jetzt, Hader, Barscher, Rote. Applaus, Rote! Wir winken links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ist halt der Wahnsinn. Links, rechts, links, rechts. Ich bin Solo. Ich bin Solo. Lauter. Ich bin Solo. Scheißegal. Ich bin Solo. Ich bin Solo. Er ist nur. Alle Hände nach oben. Jetzt wird's scharf. Wir gehen auf scharf. Alle Hände nach oben. Und wir klatschen. Hey, 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 hey. Komm, hol das, das so raus. Komm, hol das, das so raus. Wenn man als Moderator nur eine Handbewegung machen muss und ganz Party auf Rufe weiß. Haben wir Männer hier? Haben wir Frauen hier? Wie ist die Stimmung bei den Männern? Wie ist die Stimmung bei den Frauen? Wie ist die Stimmung zusammen? Wir müssen das sein, wir gehen in den Himmel. Wir müssen das sein, wir gehen in den Himmel. Komm, wir haben ein kleines technisches Problem. Wir nehmen noch eine Hände gegen den hohen Konzert. Wir klatschen den Andreas ein. Eine Hände gegen den hohen Konzert. Und wir klatschen. Hey, 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 hey. Wir gehen hier, hey, 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 hey Aber vielleicht schaffen wir es, dass es sonst relativ leise wird und ich glaube, sowas hat es nicht auf der Love Parade, noch am Parlament, noch hier bei den großen Kollegen.